Nein, probier, 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 was ist das Blut vergossen? Das war klasse! Wollen wir jemanden töten? Ja! Schade! Ich gehe mal nach unten Wenn ich unten gecreate habe, komme ich wieder hoch Wie heißt diese Map ist? Verfluchtes Tal Ach, mich verfluchen, ja Ich war gerade eine andere Abteilung Wenn wir den verborgenen Einfachst Reichen Oh! Der zetteltyp. Kommt zu Gerun, Geruntyp, 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 Geruntyp Ja, wie blöde Spinnen sind und Euer Tief Macht jemand ein bisschen campmäßig was, da machen wir heute nicht Weil wir können hier unten das hardcamp, kommt zum hardcamp ich hatte hundertprozentig weil er eigentlich getroffen ist mit der mit der ehe von von der tirante check ich manchmal nicht warum die das trifft eigentlich hundertprozentig getroffen sind ein level über die wir müssen jetzt hier das camp bitte sollte mir tribut und ich werde euch meine kunst gewähren danach müssen wir unten treffen und dann ich glaube keiner ist in der verloch auf baller kommt meine wundern danken euch ich werde schnell aus dem brunnen saufen und komm wieder erledigt der nächste kommt auch zum scherben versuch ihr mich zu übertrumpfen blutrausch das wird ja er kaum macht du hast hier zum einfrieren wollen wir sehen wer mir dieses mal genügend dann reißen wir doch hier unten einfach mal alles ich bin schon auf dem sprung obwohl ich bleib hier ein paar zwei sind unten also besten direkt einnehmen bevor die kommen ja sie sind auch zu zweit hier ach so wir sind der war natürlich nicht so clever dafür zu sterben war jetzt nicht so dass wir die verfluchung damit durch hätten wollen wir ihren camp machen obwohl das bringt glaube ich nix oder ja das boss machen ja und dann unseren und dann unseren boss machen ich muss mal einmal gegnerisches vorausgelasht wir haben 10 wir dürfen nicht kämpfen wir haben 10 ich bin so gut wie tot das ist schön das ist unsern jetzt hinterher machen direkt hilft mir diese söldner zu rekrutieren so richtig auf die fresse wieder für gegners sollt mir tribut oder stellt euch meinem fluch ja das ist aber bei ja ist egal den einen verstehen wir haben 10 die haben keinen 10 den einen fluchen ring ist auch scheiße der fahrt ist vorgezeichnet der fahrt ist vorgezeichnet den fluch kriegen wir auch noch das hier warten warte wird euch ein so ein paar einnehmen fertig jetzt aber die sieht immer ein dass sie tot ist aber die sieht immer ein dass sie tot ist die blindheit bringt ja jetzt gar nicht wirklich gegnerisches vor der eigentlich nur erst mal pushen und danach auf dem rückweg kann man versuchen an macht es ja trotzdem immer noch kein das scheint mir doch etwas übertrieben daran könnte ich mich gewinnen wir können ja diven ich denke mal die ganze zeit das war ein spaß das war zu krass gedeivet das ist ja ein camp jetzt stehlen mal versucht das auf dem rückweg mitzunehmen und dann vielleicht wisst ihr ihn jetzt zu schätzen versuch die einfach nur fern zu halten und danach geht ihr am besten dahin einfach nur stress machen lanes kontrollieren ja sterb nicht sterb nicht geht raus äh ne 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 oh das hat kein von uns so eine klinge eilt euch zur hilfe ich habe genau 6000 erfahrungen meine verbindeten ich bin eurer lächerlichen streitereien überdrüssig sollt mir tribut und erringt meine gunst es schlägt zu euch die mann immer bei zyra äh auseinander auseinander denken habe ich schon mal gut gesehen ja das ist nur gut um camps zu stehlen ich agiere im verborgenen ich bin gelesen euch dafür wählt ein talent tribut ich werde den namen meines clans ja nimm mal einer tribut na dann kommt da mal ein bisschen raus nicht dass gleich einer stirbt ja und dann nimm wir müssten da unten das benötigt unseren schutz wann kommt der boss eigentlich wieder ist gleich wieder da ja ja ich komm doch zum tribut ich dachte du hast das schon eingesammelt naja ich war auch fast fertig aber ich bin schon auf dem sprung das ist könnte mein tod sein ihr wurdet getötet moshpit moshpit ist raus den hat er ins leere gesammelt zieht euch zurück hast du da was naja geht raus geht raus jetzt müssen wir nur aufpassen ne die können weil die müssten normalerweise die toplane verteidigen aber tuns nicht wir können uns waren zusammen machen als counter ne 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 macht ein bisschen stress ach schade ok raus es geht doch an die hose ja ich hab nicht damit gerechnet dass die so schnell fertig sind mit dem ja die waren echt schnell fertig ja ich geh die boss verteidigen ja unseren boss machen die nicht ne ja weiß ich nicht ich geh mal sicherheitshalber hin ich? zur ETC ist da gerade gewesen naja deswegen ich geh sicherheitshalber hin ja die pink mich an dass ich mich zurückziehen soll zum toll nein ah das gibt's doch nicht ihr seid ehrenhaft verstorben für alle sind oh ein doppelkill sehen den svene machen hier ich mach den mal zu ende ich sammel ein der kämpft gegen mein spiegelbild sehr schön und er ist abgezogen okay dann können wir jetzt wieder disziplinierter werden dann können wir jetzt wieder disziplinierter werden was den ja wir haben gerade gemacht das camp noch nicht fighten nicht fighten aber mit tribut oder stimmt euch meinen fluch ihr habt die wahl ich hab doch diese scheiße eingenommen ja ich werde den namen meines clans rein waschen das hatte gut gemacht die wolle ja gehen wir mit dingen sein ja da geht mal raus da schnell ich muss mich zurück lesetribut einnehmen und dann wenn ich wohl mal hier oben unser camp und dann das frontbrecherkant ich glaube du bist gleich tot und zack dann solltest du nicht zu weit vor pushen weil du nur die globes anschauen oder wollen wir nicht das camp machen einfach direkt zum dings gehen er hat den geburt und hier wäre schon mal mit verteidigen ach die machen den scheiß ja aber klar auch ganz egal wie man das camp ignorieren ja ich glaube es haben wir gewonnen oder eine muss auf diesen gegner damit erfolgsaufsichten steigen spurlos verschwunden ich kann es vernerven aber ich bin auch so gut wie tot ich habe waller rausgezogen aber ihr müsst aufpassen irgendwo ist die waller ich habe die waller rausgezogen hat mich dann gekriegt im mann und mann das war nicht gut können wenn das über das wirklich versaut gut gemacht fest und zerstört das war doch gar nicht so schwer oder ich fokuste nur noch den wall ein bisschen verhelden damit wieder da ich glaube ich bin mvp oder auch her auf her wegen der erfahrung doch ich bin immer so zwischen 30 und 34 eigentlich egal was für ein team ich habe aplic mit dem man soll sich aufher auch freuen 44% des fluchschadens ok den letzten spiel habe ich vier siege ja das problem ist noch meistens immer dass wir immer dieses abwechslende gewinnen verlieren gewinnen verlieren wir sollten uns mal angewöhnen nur noch zu gewinnen glaube ich das hatte ich auch mal gesagt letztens diesen vorschlag ja genau aber der schnell wieder eingebrochen der vorschlag der liefer war vier spiele glaube ich gut ja das stimmt